Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen in Kirchbach beim Einrichtungshaus Griesbacher. Ich möchte dir heute einen Einblick geben über Planung, Entwurf, Einrichtung und Tischlerei. Bitte, komm einfach rein, dann kann ich dir das zeigen. Ja, hier sind wir im Empfangsbereich, wo zu meiner rechten Seite unsere Planerinnen und Planer ausgebildet werden, zu meiner linken Seite der technische Bereich für die Tischlerei, die Arbeitsvorbereitung und weitergehend unsere Aktivküche, wo wir gemeinsam mit den Kunden kochen und arbeiten. Ja, nun darf ich dich gleich weiterbitten zum visuellen Bereich. Ja, und jetzt befinden wir uns im präsentativen Bereich, wo wir zu einer Seite die Pläne in der Fotorealismus darstellen und als Innovation haben wir jetzt die VR-Brille, die wir alle von den Spielen heraus kennen, wo man einfach die Räume eins zu eins sieht, herumgehen kann und sich das genau vorstellen kann. Ja, und als nächsten Punkt gehen wir dann in die Tischlerei, wo wir dann sehen, wo die Möbel produziert werden. Ja, und jetzt befinden wir uns in unserer Tischlerei, wo uns die Jasmin, die jetzt im zweiten Lehrjahr ist, uns ein bisschen was erzählen wird über unseren Beruf. Bitte. Also, ich bin Jasmin Fuchs und ich werde euch heute ein Bild, was euch erklären und erzählen über den Beruf Tischler. Der Beruf Tischler ist eigentlich sehr abwechslungsreich und wir machen sehr viele verschiedene und außergewöhnliche Möbel und dürfen von der Planung weg bis zur Montage alles miterleben und mitmachen. Man kann sich nachher entscheiden, ob man Tischlerei-Techniker machen will und kann sich dann spezialisieren auf die Produktion oder auf die Planung. Noch dazu kann man auch noch die Matura machen. Und die Berufsschule für die Tischler ist in Fürstenfeld. Und jetzt zeige ich euch noch was auf der CNC-Maschine. Und jetzt zeige ich euch noch was auf der Karte. Und wenn euch der Lehrberuf als Tischler oder Tischlerin auch so koordiniert, dann kommt es zu uns. Und wenn euch der Lehrberuf als Tischler oder Tischler oder Tischler oder Tischler oder Tischler, dann kommt es zu uns.